also schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu never alone nächste folge in der letzten folge ziemlich verwirrend ziemlich verwinkelt auf sämtliche äste umgesprungen von baum zu baum und jetzt sind wir hier im fanggornwald natürlich quatsch fanggorn ist das hier nicht obwohl könnte vielleicht mit schnee im winter fanggorn im winter wer fanggorn nicht kennt ich rede gerade von herr der ringe teil 2 da gibt es ja diesen fanggornwald so können wir das ding hier wieder bewegen ja ich weiß zwar nicht wohin aber ich gehe einfach mal hier rüber ok hier unten hier runter oder wie das kann ich mir auch nicht vorstellen dass hier unten ist doch nur falls man runter fällt dass man notfalls wieder zurückkommt oder nicht da muss ich rüber denke ich genau oder auch nicht was kann mir denn der geist hier so empfehlen empfiehlst du mir irgendwas kann mir glaube ich nichts empfehlen kann mich auch nicht rüber bringen glaube ich aber ja da ist auch glaube ich nichts doch hier hoch ja aber wo jetzt ach so warte mal muss ich das jetzt nicht so hier bin ich ja runter gefallen dann muss ich jetzt wahrscheinlich menschen und kommen mit muss ich jetzt wahrscheinlich hier auf den anderen rüber und nicht ist der hier nur mitkommen und kommen hier rüber und jetzt hier hoch oder da ist eis zum kaputt machen genau erstmals den hier dann den hier dann den hier und dann den hier jetzt passiert hier irgendwas jetzt läuft das ding oder was ist ja cool ist cool bitte jetzt nicht unter ich sehe schon kommen man ich hätte wahrscheinlich darüber gemusst tja verkackt also ich muss schnell die plattformen wechseln ich muss hier rüber kommen schnell 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 komm runter komm runter hier und jetzt muss ich mit dem wieder hoch glaube ich und jetzt aber hier rüber oder muss ich auf die andere plattform auch noch gucken kann ich die noch holen ja gut das hätten wir jetzt hier rüber was gibt es hier jetzt was kann ich hier machen ah das ding folgt mir auch wieder das ding folgt mir auch wieder sieht aus wie eine hand soll auch eine hand sein glaube ich ziemlich verwirrend alles hier so das ding ist reißt jetzt auch wieder umher hier wo auch immer ich jetzt hin muss wahrscheinlich dahin was muss ich hier jetzt machen muss ich jetzt irgendwie mitgehen ach so da muss ich jetzt dann runterspringen nein bleib hier bleib hier natürlich nicht so weit nicht so weit springen kleiner junge so jetzt sind wir hier jetzt wollen wir hier rüber wahrscheinlich na komm so nicht mitkommen okay die hand will nicht mitkommen ich muss glaube ich erstmal hier rüber springen tja das hat ja gut geklappt also nochmal vielleicht muss ich doch irgendwas mit der hand machen hier vielleicht kann die hier nicht weg ja jetzt geht es auf einmal eben gerade ging es noch nicht so dann wollen wir hier auch noch rüber die muss ich jetzt bestimmt runter machen komm 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 oh mensch ich wollte noch springen also wenn man fällt kann man nicht springen also wenn man auf der plattform fällt man fällt schneller als die plattform selber nee man fällt langsamer als die plattform selber so rum genau so rum ist es also nochmal von vorne du kommst hoch denn ich will hier rüber oh du Vollidiot Mensch hat man es hier echt nur mit Amateuren zu tun also nochmal diesmal vielleicht von nicht so weit abspringen von weiter vorne vielleicht von hier diesmal ja so so dann muss der runter und was war jetzt jetzt muss ich da einfach rüberspringen genau hoffentlich klappt es jetzt schon Panik komm schon man also wenn man nicht gleich springt hat man verkackt muss man wirklich sofort reagieren ansonsten Arschkarte was macht der da immer nein komm hoch komm hoch das ist nur jetzt ja so gefällt mir das und jetzt hier unten vielleicht so dann hier rüber das Ding bricht bestimmt wieder ab doch nicht oh das ist aber weit jetzt was ich springen muss aber das schaffen wir auch warte mal was ist denn da unten jetzt was ist denn das jetzt da achso da falle ich jetzt wahrscheinlich hin oh was für ein Sprung was für ein fabelhafter Sprung das sieht nicht gut aus bestimmt ein Endgänger da ist der der Penner jetzt kriegst du auf die Schnauze oder auch nicht oh man es wird bestimmt wieder Kacke hier man scheiße alter obwohl da muss ich vielleicht nur mit den Kleinen hier nur mit den muss ich wahrscheinlich nur mit dem Geist hier Mensch warum schießt der nicht komm 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 los weiter oh man alter oh shit was jetzt was jetzt was soll ich da jetzt machen muss ich da warten oder wie ich versuche das mal hier mit dem Geist vielleicht vielleicht müssen wir da irgendwas machen oh man das kriegt der wieder nicht hin hier hä hä was was muss man da machen raff ich nicht muss man da schneller sein oder wie muss man da ganz einfach schneller sein oder wie komm 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 schnell 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 Los, 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 los. Spring hoch. Komm, 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 komm. Mensch, wie lange braucht der Bengel? Komm schon rüber, Mann. Was muss ich hier jetzt machen? Hier hoch. Was muss ich hier machen, verdammt? Scheiße, 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 scheiße. Oh, Mann, Alter. Also, ich muss diesen Ast, wenn der da drauf ist, was kann ich jetzt hier machen wahrscheinlich, oder nicht? Hm. Also, ich muss immer, wenn der das Feuerding schießt, wahrscheinlich, muss ich dann hier weg. So, komm her. Jetzt macht er das Ding kaputt. Dann schießt er das, dann muss ich hier weg. Genau. Jetzt geht er da... Jetzt geht er da rüber. Mensch, komm, 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 komm. Jetzt geht er wieder zurück, hoffentlich. Oh, Mann, es kann nicht wahr sein. Äh, ey, ist das ärgerlich, ne? Ja, das stresst schon ein bisschen, die Kacke hier. Da braucht doch ein Kind Jahrzehnte für, oder nicht? Oder bin ich da einfach zu blöd für? Also, komm, noch mal... Erst mal den hier. So. Dann hier. Komm, 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 komm. Ey, da muss man echt verdammt schnell sein. Jetzt muss ich wieder hier rüber. Boah, das geht aber... Das ist aber dann... Das ist aber verdammt knapp immer. Einmal muss noch. Ja. Ist natürlich geil jetzt, ne? Muss ich wahrscheinlich ein bisschen weiter runter. Ey, warum trifft der das nicht? Muss ich da jetzt länger warten, oder wie? Dann warten wir mal länger. Jetzt aber. Yes. Stirb, du! Ja. Und jetzt? Wahrscheinlich hier unten weiter, oder? Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Trau mich jetzt. Doch, hier muss ich bestimmt hier runter. Trau mich zwar nicht wirklich. Ja, Gott sei Dank. Hat ja doch ganz gut geklappt. Wo sind wir jetzt hier? Noch eine Eule mitnehmen. Ich weiß nicht. Er ging darauf und zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Auszugehen schien. Ja. Gibt's doch bestimmt noch eine Eule. Nee, da kommt man nicht an. Wo sind wir jetzt hier? Ne Runde festhalten. Uiuiui, hier weht ein Wind, sage ich euch. Hier weht ein Wind. Cool. War das jetzt ein Bug? Oder nicht? Ich wäre doch jetzt eigentlich da versunken, oder nicht? Mann, geht's hier ab? Komm, 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 komm hoch. Nein. Ach, komm, schnell. Was ist das jetzt hier für ein Gebiet, oder was? Geht das jetzt ganz ins Level so, oder wie? Ah. Was ist denn das jetzt? Oh, komm, 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 komm望los! Ah, es ist'ybettig. Ich mag es nicht, dass ich mich nicht so schüttelt. Ich schüttelte mich an den Aufmerksamkeit. Ich schüttelte mich an den Runde, aber ich möchte mich nicht so schütteln. Ich möchte mich nicht so schütteln. Ich möchte mich nicht so schütteln. Uiuiuiui, böse Musik, vielleicht ein Endgegner, ein richtig harter, fetter, großer Endgegner. Auf jeden Fall klingt's böse. Wenn ihr Lust auf mehr habt, schaltet bitte wieder ein in der nächsten Folge von Never Alone. Und wenn wir diesen schrecklichen, bösen, großen, fetten Gegner, vielleicht Endgegner, besiegen und dem scheiß Schneesturm ein Ende bereiten. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.